Hallo, ich bin der Ömer. Ich habe in meiner Ausbildung zum Molkereifachmann gemacht und habe mich dann noch mal entschieden zur Schule zu gehen, habe mein Fachabitur nachgeholt und mich dann entschieden auch zu studieren an der Hochschule Weinstephan-Triesdorf und habe hier auch bereits mein Praktikum absolviert in der PE und jetzt schreibe ich meine Bachelorarbeit bei der Firma Meckle. Mir gefällt besonders am Unternehmen Meckle, dass es ein regionales Unternehmen ist, welches weltweit aktiv ist und auch international vertreten und auch das Besondere hier in der Firma ist, dass man schon sehr früh Verantwortung übernehmen darf und auch in vielen Dingen mitwirken und auch seinen Beitrag dazu leisten kann, etwas Großes zu schaffen.